Ah, gut, Mr. Eintracht hier. Man sieht ja immer noch dieses Grinsen. Ist immer wieder erstaunlich, was für eine Wirkung ein Fußballverein positiv auf mich haben kann. Ein Verein, einfach ein Sportverein, hat so viel positive Wirkung auf mich. Erstaunlich. Und ich möchte etwa so viel zu Beginn sagen. Also eine Einleitung, worüber es geht. Erstmal, es war ein absoluter Traum meines Neffens, mal gegen die Bayern im Stadion zu sein. Auch geil. Dann, kommen natürlich, ja, Zug. Ah, das danach kommt auch noch. Das machen wir alles, die Punkte machen wir natürlich zu Beginn. Und dann erst das Spiel. Dann natürlich machen wir noch ein bisschen Rückblick. Und dann blicken wir natürlich komplett auf das Spiel. Mit Rückblick meine ich natürlich auf das Spiel gegen Saarbrücken. Fangen wir aber erstmal an, dass es ein absoluter Traum von meinem Neffen war. Der wollte ja schon immer mit dem Stadion. Und dann hieß es ja, ab dem und dem Alter darf er mit ins Stadion. Er war schon ein paar Mal im Stadion mit dabei. Und sein absoluter Traum war halt gegen die Bayern. Dann habe ich zum Glück noch zwei Karten bekommen. Für ihn. Und natürlich dann noch für eine ziemlich gute Freundin, die dann mitgefahren ist. Und weil meine beste Freundin, das kommt der Punkt auch noch dazu, die konnte nicht, weil die wohnt dann nicht mehr in der Nähe. Sie wohnt jetzt ein bisschen weiter weg. Ich glaube, die ärgert sich ein bisschen. Aber ne, Gesundheit und alles geht vor. Dementsprechend voll nachvollziehbar. Konnte wenigstens von zu Hause das anschauen. Aber ich lebe mir vor, der zieht zum ersten, ich erfülle es nicht im Traum meines Neffens, dass er zum ersten Mal so die Bayern sehen kann. Und dann wird so ein Spiel abgeliefert. Ich glaube, ich habe es gestern in der ersten Reaktion schon gesagt. Dann liefert die so ein Spiel ab. Einfach nur mega geil. Und wir blicken nochmal zurück, weil er ärgert mich natürlich, dass wir dann so ein Spiel abliefern können, aber gegen das Brücken gar nicht. Und es ist nicht vergleichbar das 5 zu 1 mit dem letzten 5 zu 1. Denn dort waren wir in Überzahl. Denn Bayern hat ziemlich früh die rote Karte bekommen. Ihr wisst ja, dass Boateng damals den Platzverweis bekommen hat. Die waren ein Mann mehr. Und daher war es auch ein 5 zu 1. Was man aber anders bewerten kann. Und ich glaube, wir haben den Zerbrücken-Effekt. Denn nach dem Zerbrücken-Spiel hat Borussia Dortmund gegen die Bayern gespielt. Und Bayern hat 4 zu 0 gewonnen. Jetzt wieder ein Verein schaltet gegen Zerbrücken aus und gewinnt wieder mit 4 Toren Vorsprung. Also der nächste außer bei Bielefeld in der ersten Runde. Aber Bielefeld, ich meine, wer ist Bielefeld? Die Stadt gibt es sowieso nicht, wissen wir alle. Auf jeden Fall. Fakt ist, es war gestern ein Fulmi nanntes geiles Spiel. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr über das Zerbrücken-Ding reden, auch wenn man eigentlich es erwähnen kann. Lassen wir das. Zudem hat Bayern übrigens beim letzten 5-1 auch gegen Kovac gespielt. Weil da war ja alles unruhig und nochmal gern geschehen. Bayern München, wir haben euch gerne das 6-Tubel gegeben. Denn Kovac ist entlast worden, Hansi Flick kam und die haben das 6-Tubel geholt. Ist nicht mehr möglich, maximal nur ein 5er-Pack, weil sie sind ja im Pokal ausgeschieden gegen Zerbrücken. By the way, wie kann man nur gegen Zerbrücken ausscheiden? Habe ich beim Blick auf das Spiel auch schon gemacht. Aber Fakt ist, komm Leute, kein Disrespekt gegenüber Zerbrücken. Ich meine, 3. Liga, die können den Pokal, wie gesagt, vor 4 Jahren auch schon bewiesen. Aber was war das für ein Spiel? Und ich habe ja gesagt gehabt, entweder es ein Debakel oder ein Spektakel. Und irgendwie, war es nicht so fast klar, wir werden gegen Bayern nach so einer Phase, nach so einem Kackspiel, wie die jungen Götter spielen. Und wir haben wie die jungen Götter gespielt. Wir waren in den Zweikämpfen drin. Wir waren immer den Tick schneller. Abpraller landeten oftmals zwar bei Bayern, aber die entscheidenden Dinge dann bei uns. Wie beim 2-0, was durchgeflutscht ist. Dazu kommen wir gleich noch. Also wir waren wesentlich gut drin. Und Bayern hat einfach scheiße gespielt. Und klar, wir waren gnadenlos effizient. Wir hatten Expected Goal von 1,5 oder irgendwie sowas. Haben 5 Tore geschossen. Wir haben fast jede Chance genutzt und hatten natürlich hier und da das nötige Quäntchen Glück und haben jeden Fehler, und das musst du gegen die Bayern machen, jeden Fehler der Bayern eiskalt ausnutzen. Und die haben wir komplett ausgenutzt. Da waren zwei dicke Fehler drin. Also viele Tore waren aufgrund Fehler von Bayern. Aber wir gehen jetzt mal alles so chronologisch vorbei. Ich habe mir jetzt hier den Ticker aufgehoben. Denn wir haben von Anfang an gezeigt, okay, wir haben Bock drauf. Wir haben richtig Bock drauf. Allerdings weiß ich, okay, wir haben oftmals schon gewiesen, okay, die ersten 10 Minuten, bam, und dann kam nichts. War aber dann nicht so. Aber so ist es halt manchmal. Und dann, ich will wo du husten. Aber hier war es anders. Ich weiß nicht, ob die Leute manchmal gegen Bayern extra motiviert sind, natürlich, aber du musst gegen jeden Gegner motiviert sein. Nach 5 Minuten schon so die erste Chance, die aber dann aus Spitzenwinkel abgeblockt wurde. Die Nenbimbe war auch entscheidender Faktor. Nicht nur wegen den zwei Toren. Und dann kam halt schon so die 12. Minute die dicke Chance, die dann reingegangen ist. Und die 12. Spielmute war dann so, dass wir eine gute Chance haben. Flanke von Butta, Masukui, ja, das Rittenball nicht richtig, kann ich nicht klären. und dann landet Ball irgendwie dann bei JB, der sich um Kimmich dreht, wird geschossen, der blockt den Schuss so minim, oder fälscht dem minimal ab. Von der Unterkante der Latte, der sagt, nein, dann hast du wieder kein Glück. Und dann kommt der Nachschuss von Mamouche ins lange Eck, bam, 1-0. Unten flach, siebtes Tor, geil, also siebtes Tor, wo man merkt, in der Liga. Eskalation. Und dann dachte ich, okay, hat nichts Weißen, immer nur die Bayern, etc. Und aber es gab auch immer so die großen Chancen, wenn dann war es mal so, dass der Schuss abgeblockt wurde, oder dann kam der Schuss, ich glaube, Strafraumrand oder bis sie drinnen, dann geht er aber auch drei Meter drüber. Also es waren keine so richtig große Sachen, wenn man ganz ehrlich ist. Dann hat Kim natürlich die gelbe Karte gesehen, was gut ist, weil wir wussten, Kim wird das ein oder andere Mal neu in den Sprint geschickt, gerade wenn wir führen, dann gibt es Konterchancen, etc. Und er hat halt genau im Mittelfeld halt schön abgeräumt. Und dann war also die erste dicke Chance für die Bayern. Coman, da muss man immer Schiss haben, dass er reinzieht oder so, oder mit seiner Schnelligkeit, von rechts mit guter Übersicht, auf Goretzka im Zentrum und der treibt den Ball nach vorne und im richtigen Moment zu Kane und für mich war der Ball drinnen. Ah, für mich war der Ball drinnen, aber der hat uns so ein Stück vorbeigeschossen und ich bin immer noch überzeugt, machte ihn normal rein und nicht so nach dem Motto, ja guck mal, locker flockig aus dem Fußgelenk. Dann steht er 1-1 und dann haben wir ein ganz anderes Spiel. Für mich war da und vielleicht täusche ich mich, einfach eine gewisse Arroganz dabei, wie er den reinmachen wollte. Nicht Arroganz ist für den Sonnialen unterschätzten einfach Frankfurt, sondern er wollte ihn einfach zu cool machen. Naja, was soll's. Hihihihi. Äh, natürlich sehr gut dann für uns. Dann hatten wir noch den Freistoß für die Bayern, der Mokimic kurz ausgeführt hat und zu Choupo Moutinho und aus Spitzenwinkel schießt er, Trappat ihn dann eben nachfassen und dann kam das 2-0. Woo! Und das auch wieder richtig gut, Vorlage von Knauf. Hm. Man muss aus der eigenen Hälfte, äh, schön eröffnet und blickt in den Lauf von Knauf. Wenn man mir denkt, der hatte glaube ich keinen 3-4 Meter Rückstand und hat den noch, ähm, wirklich geholt. Keine Ahnung. Und, äh, Kim musste ja aufpassen, dass er nicht foult. Hat den richtig gut erhobert, legt dann in den Meter zu Dina in Bimbe und der Franzose wirklich, ähm, der tut sich gegen 2 Mann irgendwie durchsetzen. Auch gegen Davis, ähm, wo ich denke, äh, Davis hat kein Land gesehen gegen Dina in Bimbe. Hätte ich auch so nie gedacht. Und, bei Uwe Meccano hat man fast so Tage mal so Tage gegen beide setzt er sich durch, schießt und, ähm, ja, Neuer, der rutscht da irgendwie durch. Keine Ahnung. Du schießt so, denkst, der Scheiße war kein Abschluss und auf einmal sieht's den Ball hinter Neuer irgendwie so kullern. Tup, 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 tup und dann, dann ist er drin. Also für mich war das eigentlich, äh, ein Saverball, das ist ein Saverball für Neuer, aber von der Qualität von Neuer, der hat ihn eigentlich. Und dann flutscht er da irgendwie durch, weil er wurde, du musst ja bedenken, er wurde halt gut bedrängt, ne, und gut beackert und hat keinen richtigen Abschluss, äh, zustande gebracht und trotzdem rutscht er irgendwie durch und dann, fünf Minuten später macht Larsen das 3-0, wo du denkst, was geht hier ab, Mann? Was geht hier gerade ab? Weil Bayern, du hast ja in dem Moment, du hast ja nichts mehr von Bayern gesehen. Bayern ist getaumelt, wir haben die Möglichkeit, eins nach dem anderen und, man muss sagen, dann Kimmich wollte den Ball spielen und das ist nämlich, äh, der nächste Fehler. Äh, Larsen ist gut dazwischen, der Ball kommt zu Mammusch und dann Larsen sprintet durch und lange Eck wieder unten rechts 3-0 und dann da muss ich was sagen, wieder mit einem Haken hat der Ubamecano stehen lassen, kam wieder zu einfach an der Abwehr vorbei. Das ist die Abwehr, äh, heute, damit meine ich alle, also Ubamecano, Davis, Kim und so, drei, also die drei und Masuwi eigentlich auch noch, die haben so scheiße gespielt an dem Tag, ich weiß, die haben auch so viele Fehler gemacht und war nicht in den Zweikämpfen drinne und dann, dadurch ist das dann entstanden und Larsen mit dem 3-0 durch Eskalation Mann, aber das ist halt immer noch 0-3 und du denkst dir, okay, jetzt wäre es bitter, wenn du was verlieren würdest oder nicht gewinnen würdest. Selbst Remi in 3-3 wäre schon arg bitter. Denn auch wenn es die Bayern sind, aber du weißt, die Bayern können immer wieder zurückkommen und man muss ja auch sagen, das fast im Gegenzug quasi dann die Antwort kam, da wird eine Bayern-Ecke getreten an den zweiten Pfosten verlängert, aber Dina in Bimbe konnte da irgendwie noch den Fuß da rein bekommen und das war eigentlich ein sicheres Tor. Guter Mann, aber ein paar Minuten später konnte er nichts machen, aber hier Respekt an Kimmich, da waren wir aber ein bisschen zu passiv an die Bayern kommen lassen, dann liegt er halt im Rückraum und aus 18, 19, 20 Metern schießt er drauf, in den Winkel, Trappuck nur hinterher, kann nichts machen, ja, großer Jubel war dann nicht bei den Bayern, haben natürlich schnell den Ball geschnappt, wollten anstoßen, da habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt das 1-3 in die Kabine bringen und dann passt und dann habe ich in der Halbzeit mit Olli geschrieben, das ist der mir diese Fehlerkarte damals geschenkt hat und der war leider diesmal nicht dabei, bis die Family Time, kann man ja auch verstehen und der ist ja wurde nicht mehr hier in Deutschland, auf jeden Fall, Fakt ist, dass wir da kurz geschrieben haben und da habe ich gesagt, hier wir müssen die Anfangsphase, vielleicht, ich finde es, ich such gerade mal, ich könnte auch ein Screenshot machen, ich bin gerade zu faul, äh, haben wir das irgendwie, das wird nicht, äh, da, da, habt ihr gesehen, so, ich habe gesagt, im besten Fall machen wir genau in dieser Druckphase das 4-1, ich habe gesagt, die zwei, Anfang der Halbzeit müssen wir die Phase anbauen, das wird jetzt, bei 15 Minuten werden die Gas geben, dann mache ich nicht kurze Pause und die letzten 10 Minuten und wie erwähnt, die Bayern werden jetzt, äh, kommen, bin gespannt, die Phase müssen wir überstehen und bestenfalls das 4-1 schießen. Danach habe ich noch geschrieben, nach dem Spiel habe ich den Zitat zitiert, ich, ich sollte eine eigene Talkshow bekommen, Fußball-Talkshow bekommen, es ist, es ist doch einfach wahr, es ist einfach so geil, ähm, denn, und das, ist halt das Ding, die Bayern kamen ein bisschen mit Druck, aber, ähm, ja, hatten auch die direkte, direkte Chance gehabt in der 47. Ähm, Paco hat so eine, Chance, von den Bayern, der hat nichts richtig geklärt, und, ja, da war ein bisschen Chaos, und, Gott sei Dank, ist Schubo-Moting, die Direktabnahme misslungen, und dann kam unser Ding, dann kam unser Ding, Uwe Medicano ist weit davon, gekommen, und schießt halt Dina in Bimba an, und, und dann schalten, blitzschnelles Umschalten, perfektes Konterspiel, JB hat den Ball, man muss aber sagen, das war eigentlich ne, Kontersituation, die verhinderbar war, weil, die hatten ja ne Überzahl, das war ne, glaube ich ne, war das ne 2-4 Situation, 2-5 oder irgendwie sowas, also, das war locker zu verteidigen für die Bayern, aber, JB, im perfekten Zeitpunkt, rüber, also durchgespielt, Neuer kommt noch raus, um den Winkel zu verspitzen, aber Dina in Bimba, macht den Klo, knackenlos, rein, aus spitzeren Winkel, Doppelpack, Dina in Bimba, es gibt nix geiles, als gegen Bayern Doppelpack zu schießen, und das, war, glaube ich, das Tor, was den Bayern, ziemlich den Stecker gezogen hat, das war so enorm, wichtig, auch wenn sie natürlich hier, äh, noch Chancen hatten, da wurde ein Ball durchgesteckt, und, ähm, ja, da hat er voll reingekriegt, in den Trapp, war eine kurze Behandlungspause, dann ging es zum Glück, weiter, dann kam die 60. Minute, wo ich mich leicht aufgeregt hab, ähm, da kommt, der Ball kam, und, das, das Ding ist halt, Mamouche nimmt den richtig gut mit, und die hätten selbst spielen müssen, also, spielen wollen, und auf einmal kommt Knauf einfach nur reingelaufen, und hämmert den da rein, übrigens auch mit, äh, mit Gefühl, mit aus dem, äh, aus dem Fußgelenk, und dann, und denken mir, ich denke alle, als Abseits angezeigt wurde, na, wieso gehst denn du da hin, Mamouche hat ihn doch perfekt mitgekommen, der hat ihn perfekt auf dem Fuß gehabt, auch theoretisch, ne, aber im Endeffekt war es kein Abseits, alles richtig gemacht, Knauf, also ich gönne ihn, Knauf da, vielleicht bringt ihm das Tor jetzt wirklich was, haben wir aber letztens auch gehofft, dass er einfach in seine Form wieder zurückkommt, geht das aber, zieht das Tor nicht, fragt jeder, wieso gehst du da hin, dann ist aber die Frage, hätte Mamouche den gemacht, mhm, wenn Mamouche den schießt, und er hält ihn nicht, fragt die, oder er hält ihn, also er geht nicht rein, fragt jeder, wieso hast du den Knauf schießen lassen, im Nachhinein ist man immer schlauer, im Endeffekt hat das Tor gezählt, und 5-1, und, aber das ist das Ding, du eskalierst, das ist der Nachhinein im Videobeweis, du eskalierst richtig, jawohl, dann ist das Abschluss, mhm, dann nimmt das, die Durchschnitt mal weg, und dann, kommt der Videobeweis, Anzeige, jup, es zählt doch, und dann jubelst du zwar, aber nicht mal so wie beim 5-1, äh, wo das Tor direkt im Netz, wo er bald direkt im Netz war, aber trotzdem, 5-1, und einfach nur, äh, geil, einfach nur, geil, 5-1, müsst ihr euch mal vorstellen, 5-1 gegen die Bayern, nach 67 Minuten, und das war dann wirklich, äh, klar, also, auf die Zeit waren wir klar, dass spätestens, dass du, das darf nicht mal verleben, also, wenn wir das Spiel, auf 5-5 gespielt hätten, Alter, dann hätte ich hier, einen Wage-Talk gemacht, glaube ich, also, ich glaube, vielleicht hätte ich auch, da hätte ich wahrscheinlich, entweder hätte ich einen Wage-Talk gemacht, oder, ich hätte das Video, so kurz gefasst, keine Ahnung, ähm, aber, mir war es eigentlich, schon relativ früh klar, also, beim 3-0 habe ich schon gedacht, okay, viel ist es möglich, beim 3-0 sagte ich, okay, Phase überstehen, aber eigentlich war es bei 4-1 klar, bei 5-1, äh, war der Deckel für mich drauf, auch wenn es die Bayern sind, dann ist halt, äh, nichts mehr passiert, das Spiel ist halt so hin und her getribbelt, ich glaube, es gab auch gar nicht mehr so, großartig, richtig, starke, Chancen, ja, so, ich glaube, eher so kleinere Chancen, waren halt, waren halt da, wir hatten dann nochmal die dicke Möglichkeit, um 6-1, wo wir gekontert haben, über den Kungu, und, ja, er zieht halt dann aus dem, aus 22 Metern selbst ab, anstatt abzuspielen, ja, Zeichen verziehen, trotzdem hätte ich gerne noch das 6-1, äh, gesehen, nicht, weil ich Bayern fertig machen will, sondern, ich denke mir immer, jedes Tor könnte am Ende entscheidend sein, wisst ihr, was ich meine, und dann hätte ich doch lieber, noch ein Tor mehr, wir haben schon viele, viele Entscheidungen, pro oder kontra, was das Tordifferenz-Ding angeht, und ich bin ganz ehrlich, meistens war es gut, es ist gut für uns ausgegangen, mit der Tordifferenz, ähm, so meines Wissens, was ich so bisher, so miterleben durfte, aber es ist, müssen wir halt sehr, sehr, sehr drauf aufpassen, trotzdem 5-1, ich will mich nicht beschweren, äh, wir haben 5-1 gegen die Bayern, äh, gewonnen, das ist einfach, das Beste, was es gibt, und wir können auch gerne mal, auf Statistiken gucken, 5-1 Tore, hm, Entschuldigung, Torschüsse, 14-20, Torschüsse, das Täter, leider Gottes, äh, führt, Kicker nicht auf, lieber aufs Tor gingen, da muss ich auch mal gucken, aber, und das ist der entscheidende Faktor, die Eintracht ist 10 Kilometer mehr gelaufen, 10 Kilometer, 121,24 Kilometer, und, äh, die Bayern 111,30, also knapp, also fast genau, 10 Kilometer mehr gelaufen, und das zeigt doch auch, die Laufleistung, und was die Eintracht da alles gemacht hat, und, äh, ja, wer mehr Bock auf den Sieg hatte, und klar, die, äh, 10 Kilometer kann man auch sagen, okay, vielleicht hatte, ähm, Bayern mehr Ballbesitz, ja, hatten sie, und zwar, zwei Drittel zu ein Drittel, dementsprechend haben sie natürlich auch mehr Pässe gespielt, etc., etc., aber trotzdem, 10 Kilometer finde ich schon, extrem, also wirklich extrem, aber sonst soll es halt, äh, so, sein, Zweikämpfer, die da 100 Bit, äh, gemacht, und da war 50-50, aber, der Fakt ist halt, dass wir die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen haben, die zu Toren geführt haben, selbst Luftzweikämpfe, hat Bayern zwei Drittel gewonnen, wir haben halt alles, alle Tore von unten gemacht, das ist nämlich das Ding, ansonsten, ja, 1 zu 9 Ecken, 0 zu 2 Abseits, ähm, ja, also Bayern hat 9 Ecken gehabt, und keine war von, war meines Erachtens, glaube ich, gefährlich, bis auf die eine da, die Dina im Wimbel, da auf der Linie, geklärt, hat, ansonsten, was gibt es vieles zu sagen, mein bester Freund liebt mich, weil er Leverkusen-Fan ist, um die Bayern weggeklatscht haben, ja, aber, selbst dumm, wenn sie jetzt gegen Stuttgart gerade einzul hinten liegen, ich kam nämlich gerade aus dem Livestream von der zweiten, äh, Liga, da gab es ja auch Überlänge, weil Hansa Rostow gegen Schalke, bum 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 bum, Schneckerei und so, ähm, weil Hansa-Fans, und, äh, also der Hansa-Block ist ja direkt im Gäste-Block, und der Gäste-Block von Schalke hat irgendwie die Plexiglas-Scheibe rausgenommen, keine Ahnung, muss man bedenken, jetzt hat Stuttgart Zweiter mit 33 Punkten, Leverkusen 35, und Bayern nur noch Dritter mit 32 Punkten, haben wir natürlich das Nachrufspiel im Januar, wenn die das gewinnen, sind sie halt, äh, wieder an Leverkusen vorbei, ist das krass, ist das krass, wie eng das da oben ist, Stuttgart muss doch sieben Punkte holen, das sind sie, haben sie ihr Minimalsziel, die 40 Punkte erreicht, also ich glaube, also, wäre ja schon krass, wie Stuttgart in die Meisterschaft mitspielen würde, aber ich glaube irgendwie eher, dass sie in der zweiten Jahreshälfte, äh, zur Sauerhälfte, äh, einbrechen werden, nicht so, dass ich das dann gönne, aber es ist ja oftmals so, aber manchmal gibt es auch so eine Überraschungsmannschaft, die sich immer oben hält, aber guck mal, bei mir, bei uns war es ja auch so, dass wir mal lange oben waren, äh, immer Zweiter und dann abgerutscht sind, bis auf, was weiß ich, Union auch, die waren auch oben mit dabei, teilweise mal Erster, waren dann halt nicht mehr, okay, Vierter noch, aber trotzdem, also ich denke mal, dass Stuttgart es schwer haben wird, aber es sei ihnen gegönnt, definitiv, auch wenn Frankfurt-Fans und Stuttgart-Fans sich nicht leiden können, es sei ihnen auf jeden Fall gegönnt, weil ich bin immer, für Traditionsvereine, okay, wir haben nur fast, also klar, Bayern ist auch Traditionsverein, alles drum und dran, haben immer noch besser als Leipzig oder auch Hoffenheim da oben, nicht böse gemeint, ist aber so, von daher, treu, treu, treu an Stuttgart und wer weiß, ich bin auch immer Champions League, klar, dann kommt es immer blöd, weil ich weiß, wie schnell sich das entwickeln kann, dass sich, äh, ein Verein auf einmal, ja, wieder fit, fit ist, guck mal die Eintracht, äh, wie sie aktuell dasteht, kann schnell gehen und damit wäre Stuttgart wieder eine Konkurrenz mehr, was blöd wäre, aber für die Fans, etc., freue ich mich natürlich für die Menschen, die eher in der letzten Zeit nicht so viel internationalen Fußball gesehen haben und ich denke immer so, ja, ich habe viel in Partie, natürlich würde ich Ihnen das gönnen, auch mal wieder so Champions League zu erleben und ich weiß, dass Stuttgart mit den Fans uns auch international sehr gut vertreten wird, aber unser Eintracht, viel wichtiger, zwei Punkte hinter Hoffenheim, dem sechsten Platz, übrigens, unsere Frauen haben heute 3-1 gegen die TSG aus Hoffenheim gewonnen, direkter Konkurrent eigentlich um die internationalen Plätze, da sind dieses Jahr noch ein paar andere mit dabei, Platz 1 und 2 ist diesmal abgeschlagen, ein bisschen weiter weg, war letztes Jahr noch ein bisschen knapper, also letzte Saison, aber wir haben die Hoffenheimer natürlich 3-1 geschlagen, nach 0-1 Rückstand ziemlich früh, der Ausgleich mit dem Halbzeit für Flas, glaube ich 1-1 und dann 3-1 gewonnen, sehr, sehr wichtiges Spiel von unseren Frauen, auch das muss natürlich mit erwähnt werden, mache ich aber nochmal am Montag ein extra Video mit dem Rest, was unsere Jugend betrifft, sind aber auch Punktgleich mit Freiburg, danach eine kleine Lücke auf Platz 9 mit 4 Punkten und wir können gespannt sein, wenn wir jetzt das nächste Spiel, nee, wir werden jetzt das nächste Spiel gewinnen in Leverkusen, also ich habe ja gesagt, also ich, hallo Stuttgart, könnt ihr mal aufhören, ich habe gesagt, wir wollen den Leverkusen, ja, die erste Liga-Niederlage zu geben, zu reichen, zu fügen, das ist es nämlich, wir, Eintracht, nicht ihr Stuttgart, nein, ich fasse Seite, wir werden wieder so bodenlos in Leverkusen auf die Fresse bekommen, wie meistens, leider Gottes, aber so ist es dann halt, ne, aber wichtig ist halt, dass wir zu Hause gegen Glattwass einpunkten, darüber reden, aber dann alles, wir können froh sein, 5-1, wir haben Bayern die Tordifferenz ein bisschen versaut, ich finde, die haben immer noch plus 30 und 4 Tore Vorsprung auf Leverkusen, aber wir haben unsere Tordifferenz verbessert, denn Hoffenheim auf Platz 6 hat plus 4, Dortmund auf Platz 5 hat plus 5 und alle unter uns haben Minus, Freiburg minus 6, Augsburg minus 4, Gladbach minus 3, alle haben unter uns Minus, ja, wir sind die einzigen, da haben die plus, ja, also, und deswegen sage ich ja, die Tordifferenz ist so wichtig, ich meine klar, Platz 1 bis 4 hat 19, 19, 26 und 30 plus, ne, aber wir schienen ja vielleicht schon auf den internationalen Plätzen, gerade auf Platz 5 vielleicht dann mal, was direkt Europa League wäre, 6 vielleicht auch, je nachdem, wie Pokal ausgeht, aber toi, 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 ne, also das wird eine enge Kiste, daher sage ich ja, jedes Spiel, und deswegen dürfen wir in Leverkusen nicht hoch verlieren, Kremis spielen am besten, Kalf spielen am besten, natürlich, ne, aber wenn wir da verlieren, dann bitte nicht hoch und uns wieder die Tordifferenz versauen, das ist immer bitter, schauen wir mal, und vor allem bin ich gespannt auf die Rückrunde, ob wir in dem Meisterschaftskampf da irgendwie Einfluss haben, denn jetzt die Bayern in der Rückrunde, dann Leverkusen noch, Stuttgart war auch relativ spät, und Leipzig am letzten Spieltag, ne, also die vier haben wir als letztes, wir setzen zum Schluss, und ich habe vor, die bleiben da alle so eng zusammen und wir tun die Meisterschaft entscheiden, vor dem letzten Spieltag, ich werde am letzten Spieltag Leipzig verholen, das wäre so geil, wäre das geil, am letzten Spieltag irgendwie an Leipzig vorbeiziehen, mit einem Sieg zu Hause gegen Leipzig, wie gesagt, Leipzig hat noch nie bei uns gewonnen, wir auch noch nie bei denen, aber am letzten Spieltag einfach Leipzig besiegen und dann an dem vorbeiziehen, am besten wäre, jetzt wird Leipzig dann noch von jemand anders überholt und dann landen wir auf Platz 7 oder so, ja, ne, jetzt habe ich Missgunst, es kommt Karma, bald Karma-Stelle, tut mir leid, nein, aber ich, wir wissen, wie wir zu Leipzig stehen, von daher, aber das ist die Zukunftsmusik, wir schließen das Video jetzt ab, es war geil, geiles Wochenende, ich gehe mit so ein Strahlen zur Arbeit, obwohl ich jetzt meinen ersten Arbeitstag wieder habe, nach meinem Urlaub, egal, wir, können froh sein, wir haben einfach ein geiles Wochenende gehabt und dementsprechend, sage ich hier Arrivederci, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, bis dahin und ciao, ciao.